So, in der letzten Folge unser Monster-Team halten. Ich freu mir. Äh, wir gehen jetzt raus und ich würde sagen, dass wir uns erstmal eventuell ein paar neue Monster anschaffen. Warte mal, wir können doch bestimmt mal gucken. Jo, unten jetzt sogar. Ah, okay. Da die ja ein bisschen schwach auf den Beinen sind, würde ich sagen, haben wir uns gleich neue. Jetzt müssen wir schon mal den Schleim austauschen. Und dann suchen wir uns noch und noch ein paar fettere Monster, die wir sonst noch so finden. Gehen wir hier fix um die Ecke. Das muss hier irgendwo sein. Warte mal, wo war das denn da? Das hier? Ne, das war auf der anderen Seite. Na ja, hier. Ach ja, die süßen alten Monster. Ich erkenne sie noch. Da haben wir noch mit Level 7 dran gesessen und versucht, dieses ekelhaften Viecher hier kaputt zu machen. Halkraut. Bist du ja auch schon wieder Plinkploi machen. Darunter war das, glaube ich. Ah, siehst du, Plinkploi, wenn man da vom Teufel spricht. Ja. Okay, eine starke Arznei. Haben wir ja noch ein Heilkraut bekommen. Starten wir. Gut. Weil dann verringern wir natürlich einerseits, dass wir es überall aufteilen können, aber die Dinger hauen da natürlich auch ein bisschen mehr rein, von der Heilung her. So, tschüss. Da ist unser Boot. Da ist er. Und auch eine Kiste, die hatten wir schon. Ja, die besiegen wir jetzt jetzt natürlich unendet. Dann, äh. So, halt. Haben wir noch einen in Reserve, mal. Dass wir den gegen den Schleim austauschen. Na, komm her. Merkur, Winzichel, Herzchen und Schlummerfall. Lebst du mich. Nicht? Na, mach her. Jetzt kommt noch die Winzichel. Waz. Schläft immer noch. Super. Ähm, zack. Kusshand. Schlummerfall nochmal drauf. Als er doch wach geht. Schläft immer noch. Ist wach geworden. Zack, 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 zack. Schlummerfall lädt sich immer ganz gut aus. Aber der liebt mich nicht. Ach, ah ja. Mist. Oh, jetzt greift der an. Nochmal ne Runde. Nochmal ne gleiche Kombi. Kusshand. Und, oh, warte mal. Wir machen mit Jessica was anderes. Machen wir ne Runde Knickknack. Kann auch nicht mehr viel aushalten, oder? Ja, weil er so flink ist, doppelt so viel Schaden. Ich raste aus. Knack besiegt. Jo. Eine silberne Münze. Äh, soll das man so... Ja. Mach mal. Äh. Ein Schuss. Jo. Akzilla. Kann man dir noch einen Namen geben, hier, oder so? Okay, hier kann keine Reserve haben. Äh. Okay. Da seht das nämlich, dass die... Ja, 360 schon. Die haben so... Sollen wir mal Pissangriff antacken? Nein. So, gucken wir mal, ob wir ne Reserve bekommen und sowas. Machen wir jetzt mal ne Mittelheilung. Dem reicht da unten einfacher. Dann sind wir meist schon fast aufgepowert. Gut. So, jetzt wollte ich noch ne Pilgrin. Und dann wollte ich auf die andere Seite... Na, zum Pilger, Kai. Ähm. Von der anderen Seite rüber schwimmen. Da ist ja noch so ne Insel. Da will ich mal hin. Das würde mich interessieren, was da ist. Ach, da müssen wir doch hier durch. Oh, warte mal. Hier ist so ein Hammerling, ne? Den holen wir uns mal. Wenn's mir grad so einfällt. Juuu, da ist er. Können wir dann vielleicht gegen die Katze oder so austauschen. Hallo. Achso. Sollte er die Leertaste drücken. Zuck. Jessica, Kusshand, Schlummerschler, File. Tschüss. Mach her. Ah, verdammt. Verliebst du mich? Auch nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Boah, ich muss Gen einsetzen. Oh, Gott sei Dank. Äh, 101. Ja, klar. Tauschen mir hier gegen aus. Jo. Alles klar. Schon wieder neun in unserem Team. Super. Da ist unser Schiffschiff. Also gehen wir da auch direkt weiter. Miau. Äh, speichern würde ich aber noch gerne. Und die Schlangenpeitsche kann ich, glaube ich, verkaufen. Eben. Transfer. Der kann hier ruhig bleiben. Der kommt hier in die Ecke rein. Der hat noch Gegengift. Der hat das. Äh, Käse. Ne. Silbermünzen. Arena-Schlüssel. Schlangenpeitsche. Die kann komplett weg. Und man verkaufen kann. Ja, dann verkaufe ich die. Ne, die behalte ich noch. Eisen haben habe ich noch. Na, mal schauen, dass ich noch loswerde. Also verkaufen. Ne, das behalte ich noch. 300. Und was gibt der eventuell? 250. 600. Ne, die wollte ich noch behalten. 1000. Ah, warte, wir behalten das noch. Und verkauf es dann in der nächsten großen Stadt, würde ich sagen. Deine Dinger sind scheiße. Deine Waren sind kacke. Jetzt gehen wir noch eben fix speichern. Und dann fahren wir direkt weiter. Kau, kau, kappa. Ne, aber ich da. Äh, jopp. Memory Card 1. Dü, 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 dü. Äh. Jetzt sehen wir gleich wieder, wie lange ich AFK gespielt habe, wenn wir zwei Folgen aufgenommen haben. Abgesehen davon da oben, dann wären es 27 Stunden. Jetzt haben wir 28 Stunden, 29 Stunden. 28 Stunden. Das ist... Oh nein. Eine Ruhepause. Äh. Balabab. Jetzt haben wir wieder so eine Ruhepause eingeschaffen. Ja. Kann auch nur mir passieren. Dümmer geht's nicht bei mir. Ja. Jetzt freut er sich wieder, dass wir wieder da sind. Oh mein Gott. Ich hab nicht wohl geruht. Ich will nicht mit dir rein. Hopp. Tschüss. Da drüben zur Insel ist das, glaube ich, die, ne? Ja. Da würde ich hin. Die kann hier irgendwo sein. Da ist sie doch. Ah, Pingpoing. Anlegen. Das hat Plinkpläum gemacht. Monster Team. Blup. Stärke Arznei. Äh. Jetzt gucken wir mal. Warte mal hier. Die sollte man noch drei rein tun. Gucken, was, glaube ich, rauskommt aus drei. Naja, blubbert auf jeden Fall. Lautrezept von letzten Mal. Ne. Transfer. Wer hat denn gar nicht Cengiz? Obwohl, die das eher vielleicht benutzen können. Ähm. Und ich würde in das Inventar, so blöd es auch klingt, den Käse reinpacken. Den. Transfer. So. Und den blauen transferen. Das ist nur der Würzige. Dann tauschen wir nur die Beine aus. Dann habe ich den auf jeden Fall da drinnen. Ja. Wir rennen dahin. Wir rennen dahin. Was ist das? Auf jeden Fall ein Gegner erst mal. Oh. Eisen, Skorpion und Steppteufel. Ich würde sagen, machen wir erst mal auf den Steppteufel. Zack. Na, Jessica, mach du mal bitte gehen. Und Angelo, mach du mal bitte ein Wirrwarr. Zur Not. Wenn irgendwas in die Strippe reißt. Okay. Alter Schwede. So eine Abwehrkraft gestiegen. Nicht tanzen. Oh. Ey, der hat nix abbekommen, der Typ. Ah, friss. 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 Ne. Ne. Ne, warte mal, wir machen da. Ah, doch. Ich wollte. Aber eine Beschleunigung wollte ich haben. Mach du mal einen Saus. Okay, der Steppteufel ist schon mal tot. es könnte natürlich alle wieder wach werden dann noch jetzt ein nach dem anderen platt jessica kann einfach eine knack machen noch wenn dann das kann jetzt auch nicht das knack geht ganz gut weg alter schwede okay das ist schon mal gut dass die wach sind dann kümmern wir uns erst mal um ja das ist eigentlich ganz rille so und so ich wollte den neuen pfeil ausbilden kann man noch kommt wieder zu sich shit jetzt hätte ich den sollte ich den pfeil doch machen naja kommt wieder zu sich und tschüss naja vielleicht kommt noch eine gruppe die uns gerne behilflich haben möchte unsere fähigkeiten auszutesten und wieviel kommen wir zwei ist ein talent das mitgeverschämt von unerweiterter seite ok noch mal eins eins ja geronimo ich will einfach nur hin ok auf jeden fall da und dach auch truhe ich will ja nicht dach ok ok sein bruder arbeitet da oh wir können ja oh geil wir können ja einkaufen wir kaufen erstmal zehn neun davon natürlich mal bei dem beutel danke ja mit dem beutel rein komm wir kaufen da auch mal noch mach mal mal beutel ich übertreibes jetzt gerade aber so haben wir er zu neun mach mal so ja beutel danke ok hier bekommen wir auf jeden fall den schimmel her den schimmel her Guten Tag. Oh, Katzinos.